Antikes Glas ist oft erstaunlich radioaktiv. Hier gemessen mit einem Geigerzähler RT1008 von Quartarad. Der RT1008 von Quartarad ist ein sehr hochwertiger und äusserst präziser Geigerzähler. Übrigens der einzige auf dem Markt in dieser Grösse, Hosentaschenformat, der zwei getrennte unabhängige Sensoren verbaut hat. Der eine für die Gamma-Strahlung und der andere für Beta- und Alpha-Strahlung. Hier im Bild sehen Sie einen antiken Uranglas-Teller. Auf diesem habe ich den RT1008 platziert. Und wenn Sie jetzt das Display anschauen, sehen Sie einen Gamma-Wert von 0,26 µSv pro Stunde. Das ist etwas mehr als die Background-Strahlung. Das bedeutet, dass dieser Teller tatsächlich ein bisschen Gamma-Strahlung emittiert. Und Sie sehen einen Beta-Wert von 323 gemessenen Partikeln, also radioaktiven Zerfällen pro Kubik-Santimeter und pro Minute. Das ist ein relativ hoher Wert, denn üblicherweise an der Luft, an einem Ort, wo keine künstliche oder keine erhöhte Radioaktivität vorhanden ist, ist dieser Wert 0. Infos zum Gerät, also zum Geigerzähler, finden Sie auf www.strahlenmesstechnik.ch Handeln Sie jetzt, damit Sie für das Morgen vorbereitet sind. Sie können mich jederzeit bevorzugt via Mail anfragen unter info-at-strahlenmesstechnik.ch bei jeglichen Fragen rund um das Thema Radioaktivität, bei Fragen zu einem Gerät der Firma Quartarat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.